Musik Huch, warum ist das nicht da? Hey, ich hab's bekommen, aber ist nicht drin. Ach so? Oh, was ist denn? Nee. Das ist weg, ich hab's nicht. Und ich nehme einen Ordner dran? Nee. Hey, Aydaria? Heute heißt das aber auf jeden Fall mit Maps, die irgendwie im Grünen spielen. Ja. Ich nehme das aber tatsächlich einfach nur so... Ich bin breit. Ich auch. Ich meine, ich bin bereit, nicht breit. Ach so. Also breit bin ich vielleicht auch, aber... Ich bin beides noch nicht. Ich meine, ich bin breit im Allgemeinen. Und ich bin rausgeflogen. Ja, wir alle. Ja, alle. Oh nein. Wir alle sind unfähig. Hey, nette Tiraten-Flagge. Hör, sieht man die? Ich seh sie selber gar nicht. Die wird mir gar nicht angezeigt. Vielleicht von der Seite. Vielleicht siehst du wieder Messer. Nee, ich glaube nicht, oder? Ich muss gleich mal gucken. Wir haben alle... Aydaria und ich haben vier Schläge gebraucht. Ja. Okay. Stimmt, jetzt sehe ich sie auch. Nein! Okay, das ist irgendwie auch wieder Sprungchancen-mäßig unterwegs hier. Du bist es super, danke. Nein! Oh, ist das schwierig. So ein bisschen. Darf ich hier liegen bleiben? Nee. Und soweit. Jo. Ja, da bin ich im Aufgeland. Genau da. Gibt's doch gar nicht. Nein, ich bin ausgelöst. Oh nein. Das ist auch wieder zu wenig. Oh nein. Das darf nicht wahr sein. Du und ich sind auf jeden Fall... Oh. Ach komm, wieso ist es zu weit? Oh, warte, ich stand Heidi. Ja. Auch geschafft. Hör auf mich so zu nennen. Alles klar, Frau E.P. Nennen Sie halt die Aydaria. Ja. Oder Schatz, oder whatever. Äh, äh, Sanne, Sanne. Oh nein. Das hat sie nein gesagt. Ich hab mir nicht ohne Grund zu den einfachen Namen gegeben. Ich find den gar nicht so einfach. Ähm, wie soll ich von hier oben wieder wegkommen? Ich isch und bleibt ein Rätsel. Kann mich das mal einer verraten? Ist gerade so ein bisschen wie in diesem, äh, ein Level von Jack, wo du... Ach, da muss man hin. Ach, du grünes Ding. So schwer ist es ja gar nicht. Ey. Sorry. So, jetzt hab ich's geschafft nach oben. Oh. Finally. Gosh, freaking. So. Ah, jetzt seh ich, jetzt seh ich frisches Flagge auch mal. Eben hab ich sie nicht gesehen. Diese R ist. R. Ich bin, ich bin, ich bin, die Akkastenlöcher, ne? Ja, so einfach war die jetzt auch nicht. Yes. Frisch und ich sind wieder auf Gleichstand. Oder noch nicht mal, ich bin zwei da. Aber mal sehen, wie lange das hält. Denn ich kenn mein Glück. Ah, das ist einfach. Hole in one. Yes. Jo, hole in one. Oh, nö, ne? Frisch ist es, wieso? Und hole in two. Ey. Hey, was soll man machen, frisches? Fünftes Loch. Snowtay. Snowtay. Das ist nicht so nöt. Oh, jetzt bummst die alte mich noch an. Du glaub ich was? Okay, wir können nicht da rein, nicht da rein. Achso, das ist ja gemein. Wiegel. Oh. Und ich habe ein Paar. Es ist ein Paar. Und es hat keine Strümpfe. Oh, nö, ne? Kann man da durchgehen? Natürlich nicht. Es ist ein Seil, was erwartest du? Ja, aber hin bin ich durchgekommen. Stimmt. Sorry. Okay. Let's. Das sieht interessant genug aus. Wie, wer macht das? Ich glaube, das waren wir alle drei zusammen. Nö. Das war Sio. All in three. Zwei. Two. Two, two, two. Oh. Also, wie ist es mir cool? Free Willy. Ich bin die Scheiße, Alter. Also, bislang habe ich wenig, worüber ich mich beschweren könnte. Ja. Das sind eigentlich relativ einfache Maps, die du hast. Das ist mir sehr gefällt. Ja, das produziert die auch nicht. Mir gefällt das in der Brüder Adaria. Hä? Was? Hä? Die Maps, dass die einfach sind, gefallen mir. Ja, mir auch. Na, okay. Ich sehe schon. Nur für Frisches sind die nicht gemacht. Wohin muss ich denn? Okay, ich brauche dafür mehr Schwung. Das geilt er sich an einem einzigen Hole in one auf. Aber mich holt er hier nicht ein. Tja. So, ich brauche da mehr Schwung. Ja, definitiv mehr Schwung. So. Jetzt habe ich euch an den Eiern, du. Jetzt habe ich euch. Nein, du bist immer noch auf dem letzten Platz mit 44 Punkten. Ja, nur 10 Punkte hinter Sio. Und wie viel bist du hinter mir? Hä? Ui, wie deine Sprungschwanzer. Oder sowas in der Art. Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, ich sehe schon, was die Idee ist. Ich nicht. Oh, oh Gott. Ah. Was? Hole in one. Weil ich dich angebumst habe, oder was? Ach, hast du mich angebumst? Ja. Dann ja. Du hast mir noch mehr extra vongegeben. Nur noch 9 Punkte. Ich hole auf. Zehntes Loch. There you go. Okay, das ist ein bisschen tricky. An der Kante hängen geblieben, ey. Okay, das ist tricky, ja? Nein, was war das? Ich war's nicht. Oh, komm schon. Nein. Zu weit. Lovely. Warum? Nein. Wieder zu weit. Brands vorbeigehüpft. Komm schon. Nein. Ja, 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 ja. Nein, 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 nein. Ich glaube, wir beide, das ist Loch für uns alle etwas schwerer als sonst. Komm. Nein. Ich habe es ehrlich gesagt. So knapp. Warte. Eingelocht. Juhu. Ich hole auf 7 Punkte noch. Warte kurz. Wie viel? Okay, ich bin wieder 10. Aber ich glaube, da brauche ich, wie ich mich mein Glück kenne. Hä? Der setzt mich immer wieder zurück? Hm. Wow! Ihr müsst dann nur in diesem Rondell runter. so auch geschafft also nicht ganz aber six strokes das wäre noch mehr das ich mich mal um den letzten platz prügeln mit jemanden wieso kommst jetzt auf drei dienst noch ist das spiel nicht zu ende ja man muss nur genug schwung haben und sich nicht gegenseitig an bumsen geschafft so was haben diese blüten damit zu tun doch ein einziges mal so weit da bin ich ausgeknallt ich stand da nur ich will das nun mal anmerken ich hatte diese So, jetzt bin ich immerhin auf dem Punkt. Er kann sie noch nicht mal bedanken. Danke. Nein! Nein! Fall runter! Oh Gott, sei Dank. Meinst du mich? Nee, mich selber. Ach so. Ich bin auf die andere Bahn wieder zurück. Oh. Ich fall runter. Na, zu weit, hm? Jopp. Hallo? Hey! Das war so gemein. Das hat es plötzlich gemacht so mehr drin. Ja, ich bin jetzt schon mal drüber. Huff! Huff! Huuuuhuuhu! Also, gut, mich holt er nicht mehr ein. Sechs. Sechs Punkte. Juhu! Hall and one! Nein! Hall and two! Yo! Selbstwertes Loch, ladies and gentlemen. Es werden noch Wetten angenommen. What was this, Aida? Ja. Nein, was war denn das jetzt? Juhu! Bitte renn, Igel! Nein! Ah, zu weit. Jetzt hast du wahrscheinlich sogar einen hohen Invent können. Wenn ich... ...weber nicht angetickt hätte. Bleibt da liegen! Ja! Nein! Oh! Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! So. Huuu! Alter, wie viel? Zwei Punkte nur! Boah, drei Punkte, um unter den... ...das Ding dazu kommen. Sorry. Hm. So nicht. Oh, ne, ne? Ah, das wird wieder witzig. Ja. Oh boy. Sag mal. Ja! Huch. Häh? Ich komme mir gar nicht weg vom Start. Ich bin da auch nur weggekommen, weil ich rübergesprungen bin. Hol, Frau. Nein, du hast gewonnen, Sio. Ja. Hey, ich bin zweiter geworden. Gewonnen hat er Daria. Sag ich ja. Ne, du hast gegen mich gewonnen. Okay, ich habe gegen dich gewonnen, ja. Das kann passieren. Bleibt da liegen. Aber guck mal, so weit sind wir nicht auseinander, also. Nur fünf Punkte. Naja. Fünf? Fünf oder sechs, ja. Fünf, ne? Hm? Jo, fünf Punkte. 96! 96! Halte Liebe! 96! Oh, ich würde sagen, noch ein... ...in den Farben schwarz, weiß, grün... ...der ist gerade in seinem Element. Mhm. 96! Ah, jo. Dem warte ich, bis er fertig gesonnen hat. Ja. Hannover 600 kannst machen. Was? Also, ich wollte nur sagen, ich würde sagen, machen wir noch diese Map und dieses... ...diesen Kurs und gehen dann zu Dead by Daylight über? Können wir machen. Also, wenn... Können wir machen. Gut. Ja, super. Ich nicht. Ja, nee, ich nicht. Ich weiß, du machst kein Tod bei Tageslicht aus. Ja, ich hab's nicht mal. Äh, nee. Abgesehen davon verstehe ich den Sinn dahinter nicht. Du reparierst Generatoren und läuft von nem Killer weg. Oder in der Killer versucht alle zu killen. Ja. Ganz einfach. Ist quasi, wer hat Angst vom schwarzen Mann bloß... Hm, komplexer. Jetzt kommt Hamann mit dem Hackebeiche. So ist es nicht unendlich. Wieso gibt's an den Hunker eigentlich nicht? Warum gibt's da Hunker nicht? Das verstehe ich nicht. Wer ist Hunker? Hunker? Der Massenmörder von Hamburg? Es gibt einen Massenmörder namens Hunker. Jupp. Da gibt's sogar einen Film von. Das stimmt. Und das Ganze hat in dem goldenen Handschuh stattgefunden. Ich hab da mit dem Wirt unterhalten. War ganz lustig da, die Dreharbeiten. Das Geilste ist, sie brauchten nicht mal umdekorieren, weil der goldene Handschuh sieht doch aus wie in den 70ern. Friedrich Paul Fritz Honka, auch Fiete gerufen, Spitzname Friese Wollmann, später in Peter Jenten und genannt war ein deutscher Serienmörder. Okay. Aus Hamburg, goldene Handschuhe, galtene Kneite, direkt gegenüber vom... Ja, aber er ist in Leipzig geboren. Jo, direkt gegenüber vom Elbschlosskeller. Jo, Eudaria, willst du noch? Geht's jetzt mal los? Hab ich. Hole in one. Zur Sekunde. Hey, ich hab ein Hole in one gemacht aus Versehen. Wer hätt's gedacht? Jo. Ich auch. Jo. Nein! Wie geil, ey. Hole in one, links und rechts. Durch Zufall. Ja. Hey, passiert, ne? Was soll man machen? Da liegt man aber kacke. Okay, jetzt hab ich mich rauskatapultiert. In den See. Yay, ich bin auch hier daneben. Da kommt, da kommt, da kommt, da kommt. Nein, verhungert. Mein Ball ist verhungert. Du bist elendig, verhungert. Alle, jedes Jahr sterben 500 Bälle am Verhungern. Ja. Spenden sie jetzt, machen sie mit. Äh. Ich seh, ich bin ein bisschen da runter. Nein, 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 nein. Hier ist ein Roller, hier ist ein Röhrchen. Huiiii und hole in two. Nein! Oder ihr macht das. Wer hat das Schild dahingestellt? Äh, der Schild, der Map-Macher, behaupte ich. Nein, das ist Schwachsinn. Jetzt muss ein anderer gewesen sein. Juhu, bin drin. Ein Hacker, ein ganz Böser. Ja, ein Hacker. Ein Hackermann. Nein. So, mir gefällt sehr, dass diese Maps nicht sehr schwer sind. Das stimmt. Okay. Gefällt auch nur dir. Und natürlich katapultiere ich mich raus. Uh, in Librigan passt das, das ist der Name auch ganz gut. Der Map heißt ja Risk and Rewards. Und es gibt einen leichten Weg, der aber schwerer ist. Also einen direkten Weg, der schwerer ist. Und einen leichteren Weg, der aber nicht so direkt ist. Ja, komm schon. Bist du schon drin, Fusche? Hm. Hm. Natürlich. Ja, ich frag ja nur. Bin erster. Ah, nee. Wir beide. Wir sind zusammen erster. Ja. Stimmt. Ja. Kannst du mal sehen. Und eingeloggt. Das ging ja einfach. So. Einfach, einfach, einfach ist. Hier. Ach du grünes Ding. Warte, von dem war das nochmal die Werbung. EWI einfach. Ööö. EWE. EWE war das. Oh. Ja, 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 ja. Alter, seht ihr euch ernst? Wie habt ihr das denn gemacht? Ja, ja, ja. Nein, du hast noch. EWE. 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 Sama. Das nennt mal wohl Rache. Das ist Rache. Für die Aktion, das war Rache. Sama. Ja, weißt du. So war's fair, alle vier. So war's fair. So war's fair. Ach du dickes Ei. Nein. Jo, ich auch. Ja, ich hab nur nen elendigen Versuch gemacht, da hochzuspringen, aber huch, das war Verhungern. Yay. Verhungern allergrößter Güte. Nein. Und, und eigentlich noch mit ihr. Mama. Ich wurde zurückgekehrt. Dafür konnte ich diesmal wirklich nichts. Boink. Ihr könnt auch außenrum gehen, das wisst ihr, oder? Nee. Machen wir aber nicht. Okay. Suit yourself. Macht, was ihr wollt. Mir hier sowas schon schnurz. Ja. Nein. Nein. Oh boy. Bist du drin? Oh, das gibt's ja nicht. Ich hatte aber Glück, ich hab mich da so durchgemogelt. Aber auch nur, weil ich den einen Spawnpunkt da hatte. Dazwischen. Bro. Geh außen rum. Nein. Wir sind jetzt schon auf, wir sind auf Gleichstand. Du und ich Frische. Und jetzt bist du hinter mir einen Punkt. Das macht's nicht besser. Ja, ich weiß. Frisch, du schaffst das schon noch. Plus, er hat nur noch drei Schläge. Weißt du, statt ihm mal Mut zu machen, ne? Sag doch einfach, Frisch, du schaffst das so einfach mal abfeuern. Schnauze jetzt. Er hat's seit... Ach, egal. So, jetzt ist los. Wie basieren wir uns? So, letzter. Letzter. Er wird jetzt. Wir sind seine Fangirls. Nein! Du bist sein Fangirl. Ich bin mir schon sein Fanboy. Nein, sie will, dass ich den Weg gehe, damit ich nicht Erster werde, weil sie weiß, dass ich ihn verkackle. Wie gesagt, Risk and Rewards heißt das Ding. Gleichzuschieber. Eigentlich war ich mir 100% sicher, dass Frisch es schafft, weil er solche Wege immer schafft. Grundsätzlich. Dieser Weg... Dieser Weg, der kein leichter sein wird? Ja. Dieser Weg, der steinig und schwer ist? Ja. Genau der. So, ey. Genau der. Oh, boy. So, ich geh mal ganz gemächlich hier rein und tada. So, dala. Oh, nur fünf Punkte. Achtes Löchlein. Okay, wo ist das, wo ist das Loch? Ich habe ein ganz so gutes Gefühl. Nein, was war das? Hat mich einer geschubst? Die Frage stelle ich mir gerade selber. Okay, egal, ich gehe außen rum. Ich glaube, wir haben beide gleichzeitig wieder geschlagen. Hä? Ich war fast drin. Ich gehe außen rum. Wir kommen im Club. Und das war dämlich, oder? Oder? Ja. Ziemlich dämlich. Okay, ich war doch fast drin. So, jetzt bin ich gleich drin. Guck! Nein! Nein, 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 nein! Warum spring ich denn da noch? Die großen Fragen müssen leben. So, hole in Seven. Ich gehe außen rum. Ja, mach's das lieber. Nein! 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 Wow! So habe ich dich ja noch nie erlebt. Ich habe gerade auch ein bisschen Angst vor ihm. Musst du auch haben. Oh, warum bin ich hier nicht gleich lang gegangen? Das ist ja mega einfach. Ey, hier keine häusliche Gewalt androhen. Nein. Kann er nicht. Ich bin im Keller. Ja, aber es ist trotzdem noch ein Teil des Hauses. Nein! Ich bin unter der Erde. Du bist tot? Nein. Okay, das wird witzig. Und natürlich... Ich verstehe. Ich verstehe schon, wie es ist. Echt? Nein! Ach, da... Ich nehme den... Ich nehme den Weg außen rum. Ich kenne mein Glück. Nein! Nein! Oh nein! Bist du drin? Ja, siehst du. Bin ich auf dem falschen Trip hier? Kann mir das mal jemand sagen, dass ich auf das falsche Loch gehe? Ich weiß doch nicht, auf welches Loch du gehst. Da hinten muss man hin. Oh, leck mich doch verknacken! Ich wusste doch nicht, dass du auf das falsche Loch schlägst. Gott sei Dank spielt ihr gleich was anderes. Aber Hasipupsi, Schatzi. Hasipupsi? What? Zuckerschnecke ist zu offensive, aber Hasipupsi? Witzigerweise hat er damals damit angefangen. Ich weiß doch nicht mehr, warum. Hm, interessant. Hat er dich so genannt, oder du hast... What? Ich... Ich weiß es gar nicht mehr genau. Es war auf jeden Fall... Oder hat er in irgendeinem... In irgendeinem Urlaubfahr. Das haben wir uns, glaube ich, drüber lustig gemacht. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, ob es so war. Weißt du, dass wir dann irgendwann mal da auf diesen Trichter kamen? Und wir das witzig fanden. Kann ich mir vorstellen. Kein Schweigen ist grad nur so unheimlich. De-de-de-de-de-de-de-de. De-de-de-de-de-de-de-de-de. nicht mal hin wo ihr seid okay das war bei einem jumpscare ja ich habe den neuen jumpscare so einfach frisches rumgebrille so noch zwölf kommt gleich da ist eine sehr gute frage es ist und bleibt ein rätsel würde ich sagen ich hatte ich reg mich hier auf die ruhe selbst sie hört sich durch bist du selbst man hört sich bis zum in den keller so dass sie danach echt noch eine map machen ich werde euch so dankbar wenn man noch eine map machen okay wenn wir die map hier schaffen bevor es halber wird okay bin ich dabei das ist so lieb von euch hast du einen bestimmten wunsch dann für eine map irgendwas vielleicht oder so krass wird nein das war interessant ok ich sehe schon ach komm ja das ist ein kleiner huckel ja ich sehe es gerade die ganze map ist ein huckel ich glaube das ist eine der schlimmsten maps über jemals ich finde sie sogar schön ich finde es auch richtig schön wieso werde ich jetzt raus katapultiert was ich dachte jetzt kommt so an mich oder so aber was passt auf du bist der erste ich kann gar nicht an ich denken dass du diese maxi verstehe das nicht okay bis auf das gerade eben zu beschweren ich bin schief raufgegangen leck mich am arsch popo ich habe es gut 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 und ein darf man nicht hatte ich auch eben das problem oh ich bin möglichkeit hier also versuche ich ja das ist ziemlich stolz von dir versucht aber ich bin abgedriffst worden also von so einer kante die da hinten war hochmuth kommt vor den fall wie man so schon sagt das sind piraten sein stolz geil fast hole in one fast ok meine damen und herren ich gewinne noch das sieht auf jeden fall interessant aus ziemlich unfair nicht unfair aber ziemlich wie lang wir wie langweilig wäre es nur ohne also ich meine so den kompletten alltag hast du mich dann rechts in das loch okay das war zu weit rausgescrollt also ich bin habe rausgescrollt oben zu sehen wo es ist und habe dabei verkackt passiert doch ich habe nur ein paar geschafft so 17 das loch gleich doch das war das erste loch wo ich mal besser war als ihr verstehe zu weit ja jetzt kräftest du gewinnst noch ich gewinne noch schaffen glaube ich das denn erschütet ich hätte nicht springen dürfen ich weiß nicht okay also ich kann es eigentlich auch nicht gewesen sein weil ich eher orangefarben bin ich verstehe ich habe die serbische flagge bekommen diese ich habe einen kack auf und bekommen du hast nicht bekommen machen wir jetzt doch machen wir jetzt doch eine zum april von frisches oder dead by daylight machen du machst jetzt sowieso nicht aber ja wir machen auch eine ab reagierung smith ich liebe euch hallo wenn dann liebst du mich ja naja er kann mich ja auch platonisch lieben ich kenne die map wieso kenne ich die map was ist das für eine map ich kenne das land ja natürlich ich warte bis ihr drin das land ja so wenn ich das hier jetzt wieder verkacke so das ist ein bisschen tricky das habe ich ja noch nie geschafft das habe ich ja noch nie geschafft hier ich gebe es auf noch nicht beim dritten noch ja okay beim vierten jetzt das ist nicht meine und einen katapultiert das ist heute nicht mein tag irgendwie für golf wo ist mein tag hinein jetzt kommt diese blöde map hier erst mal meine rede nein 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 ja boah ey das ist so bock ey bock ey komm Sio auch in 6 jo alle in 6 nice so sechste sechstes loch war das ne das war noch nicht das loch was ich dachte nein wieder ausgeübt hätte ich mir sprungen nein na komm hi servus wo ist der hund hin über einen hund bei mir ist wieder weg ach komm schon das arme wauzi 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 oder wauzi das ein paar den video treu so lieben wir ja wir so haben wir so ja läuft doch gut bisher es läuft es läuft sage ich dir zwei punkte das darf nicht wahr sein ich falle direkt am anfang schon runter so ja wir gehen gleich ich mach dir nur noch nass den gehen ja ich bin ich bin froh ich habe heute mindestens ich bin einmal nicht letzter geworden damit bin ich zufrieden ich bin nicht einmal erster geworden glaube ich oder doch ein einziges mal das allererste mal das allererste warum wahrscheinlich dieses mal in ja drei toren hinter dir vergisst das letzte das länger da gewinnst du immer nein noch nicht einmal gegen dich wenn ich einmal gegen mich gewonnen beim letzten und ein ja auch ein triple boogie ich hatte wo die ist eine art von tanz und kein boogie wäre der dicke boogie boogie von nightmare before christmas sehr cool film wo bleib ich denn jetzt liegen ist das man die welt in kingdom hart ist auch nicht schlecht ich glaube dass sogar die mein mein bruder hat eigentlich glaube ich ging im hart zuerst nur gekauft weil eine night before christmas wobei im dritten teil glaube ich gar keinem oder kaum mehr drin sind gar keine also feine wenn man mal von sora absieht der kreis charakter ja was von square enix da hoffentlich hinaus vom square von von quadrat enix und der einzige der hier im boogie kriegt boogie kriegt boogie ich hab bock verstanden ja hatte ja auch gesagt er nennt das immer bock das ist ja wohl plack hier oder plack so 50 das loch das ist mein warum stoffen wir eigentlich immer gegeneinander ich und du ja du und ich stimmte eh sind wir immer als letztes rein theoretisch so 16 das loch gebraucht und ich fliege natürlich zu weit und nein wieder zu weit nein 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 sorry und zu wenig schwung natürlich so jetzt bin ich wenigstens hier oben ich glaube da wo gleich immer kuscheln halten hier mache ich normal immer mindest maximal zwei nein das ist ganz gut weil ich sogar weil ich mir noch noch was klicken von unten holen wollte in der zeit kannst du ihn dann beruhigen zwei schläge ne in der zeit wo ich das mache kannst du ihn ja beruhigen er sagt schon nichts mehr das ist kein gutes zeichen es ist ja weil dieses loch verkackter das verkack ich nie ok letztes loch und ich bin natürlich raus hui nein ja man bist du nicht letzter das macht grad nicht besser das gegen dich kein großer trost trin entschuldigung naja lustig hu hu jo komm das machst du nö heute nicht was renn hat aufs raus ja da hab ich extra gemacht oh ich hab die Pfotanflagge flagge und während ihr beide euch was ich auch und ich wollte mir noch was zu trinken holen dieses spiel so leute einen schönen abend viel spaß bei adaria und ja ich kann springen war ich kann den stern holen da schnell wenn ich dachte jetzt auch nicht schaffe denn ist mein ganzer tag verwirkt der stern ist weg ich habe nichts gemacht